Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin hier. Willkommen. Frau Serober, komm. Sie ist noch da. Oh, Mamma Mia! Ja, ja. Ja, ja. Hi, wie is dat? Ja, ja. We zitten hier in de morro. Voi, ik heb hier... Hier ist sie, damit ihr so leicht in den Hof kommt. Unten rechts, sie können noch eine Ecke von dieser Costa Brava sehen, hier unten rechts. Und schauen Sie da unten in die Küste, wir haben die Spitze und da hier links rein in die Spitze, wir haben Cala d'Ern. Cala ist eine kleine Bucht, eine kleine Klippe, Cala d'Ern ist eine kleine Schlange zwischen Bergen.